Der Maintower ist seit über 23 Jahren nicht nur mein Arbeitsplatz, sondern quasi auch meine zweite Heimat. Er ist für mich eine Design-Ikone mit großer städtebaulicher Wirkung einerseits, aber andererseits auch Ort unserer Arbeit und identitätsstiftender Mittelpunkt der Helaba. Mein Name ist Tim Stahnmetz, ich bin 53 Jahre alt und arbeite im Immobilienmanagement der Helaba. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und dann als Projektleiter bei einem internationalen Baukonzern gearbeitet und bin vor rund 23 Jahren auf eine Stellenanzeige der Helaba gestoßen, wo ein Projektleiter zur Übernahme der letzten großen Projektentwicklung der Bank, dem Maintower, in den Betrieb gesucht wurde. Das war eine sehr spannende Zeit. Es gab viele Schnittstellen in die Bank und ins Haus, aber auch zu unseren Mietern. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen kennen und wertschätzen gelernt in dieser Zeit. Die Breite der immobilienwirtschaftlichen Aufgaben in der Helaba sorgt dafür, dass mein Team und ich jederzeit in der Lage sein müssen, mit Fachleuten auf Augenhöhe zu diskutieren und komplexe Sachverhalte auf Management-Ebene herauszuarbeiten. Die Vielfältigkeit der Aufgaben macht den Job so abwechslungsreich und spannend. Neben klassischen Personal- und Führungsthemen bin ich in sehr vielen fachlichen Themen unterwegs. Das geht vom Bauprojektmanagement über Budgetsteuerung, aber auch Nachhaltigkeit und ISG-Thematiken. Mit dem Central Business Tower haben wir neben dem besten Grundstück an unverbaubarer und visibler Lage die Chance, das beste und zukunftsgerichtete Hochhaus Frankfurts zu errichten. Es ist uns gelungen, ein sehr erfahrenes und motiviertes Projektteam zusammenzustellen, um mit diesem Hochhaus in allen relevanten Gewerken Maßstäbe zu setzen. Besonders am Central Business Tower wird sein, dass wir neben baulichen Highlights wie beispielsweise der Photovoltaik in der Fassade ein Ort gemeinsamen Arbeitens sein werden, der Inspiration für unsere Mieter sein wird. Und insofern alle Anforderungen an ein modernes und zukunftsorientiertes Arbeiten unter Nutzung größtmöglicher Flexibilität ermöglicht. Mieterinnen und Mieter können voraussichtlich ab 2027 bei uns einziehen und von dem wunderbaren Ambiente des Altbaus aus den 1890er Jahren und von den modernen Büroflächen partizipieren. Als persönliches Highlight in der Helaba sehe ich die Chance, als einer der Gesamtprojektleiter des CBT nachhaltige Werte für die Bank zu schaffen. Ich glaube fest daran, dass sowohl der Mindtower als auch der Central Business Tower Wahrzeichen in der Frankfurter Skyline sind bzw. werden. Für meine persönliche Zukunft in der Helaba hoffe ich, dass ich die über vielen Jahre erlangten Erfahrungen und Kenntnisse an mein Team weitergeben darf und idealerweise zu gegebener Zeit eine Nachfolge aus den eigenen Reihen entwickeln kann. Ich finde die Zusammenarbeit und das Miteinander in der Helaba herausragend und ich wünsche mir für unser Unternehmen, dass wir es schaffen, unsere Kernkompetenzen noch besser zu bündeln, uns zu fokussieren und den Weg zu einer nachhaltigen Bank gemeinsam zu beschreiten. Wenn Sie neugierig auf uns geworden sind, besuchen Sie doch bitte die Karriere-Seite der Helaba. Dort finden Sie spannende Herausforderungen.